Dich das süße Leitsteinchen einfach so benutzen zu lassen, kommt mir irgendwie falsch vor. Aber ich bin mal sehr gespannt, was soll schon passieren, wenn es explodiert? Kann ja nicht schief gehen. Okay, also wir machen mal eine Ausnahme. Also, gib mal her. Ha, hey. Danke. Dann schalten wir mal schnell den Leitstein ein. Äh, nein, das meinte ich nicht. Das meinte ich nicht. Ich meinte nur, AC, du könntest jetzt mal der Gegenpol zu Arcti sein, der so gemein ist. Hm. Ich würde da ganz kirre werden, wenn der Sensor die ganze Zeit piept. Ja, ich auch. Okay, immer wieder auf Truhe. Ja, das wäre auch nicht schlecht, ne? Gibt eine andere Möglichkeit, um Kruxamen zu finden. Das Internet. Okay, setz mal ein. Kachika. Ja, sie ist echt cool. Wow, wir haben eine Banane fotografiert. Yay, das Heilruhl-Handbuch wurde aktualisiert. Oh, das sind ja Bananen. Das haben wir ja vorher noch nie gesehen. Ei, 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 ei. Also, es scheint, als hätte das Heilruhl-Handbuch verlorenes Wissen zurückerlangt. Das Foto aus dem Leitstein würde in dein Heilruhl-Handbuch übertragen. Das geht ja bei jedem Bild nur einmal. Denk daran, bevor du Bilder mit deinen eigenen Fotos überschreibst. Die restlichen Lücken kannst du füllen, indem du mit dem Fotomodulbilder aufnimmst oder mit Hilfe des Leitsteins. Ja, das nächste Mal, wenn du das Leitsteinchen benutzen willst, musst du aber bezahlen. Damit unterstützt du unser Institut. Die Scheife hat gesprochen. Gut, endlich. Cool, die haben hier Gemüse angebaut. Krass. Wait. Ach nee, das ist nicht gewachsen. Das sah nur so gewachsen aus. Und ich habe das Gemüse gemäht, weil ich so gut bin in dem Spiel. Unser nächstes Ziel sind doch hier die Viecher da unten, ne? Wo waren die? Falsche Taste. Müssten die hier gewesen sein. Ja. Oh, no. Was, wieso nicht? Was ist die Begründung, AC? Was darf nicht sein? So. Hier möchte ich bitte nicht mit einem Zweihänder kämpfen. Du bist zu gut. Oh, dann wird's mal der hier. Ich hab zu viele Zweihänder. Oh, dann treffe ich auf die Entfernung gar nicht. Das ist ja schade. Hey, ihr. Also irgendwie ist dir noch nicht aufgefallen, dass ich da bin. Dann speichere ich vielleicht erst mal. Das ist doch genial, oder? Habt ihr sowas Geniales schon mal gehört? Diesmal raiden wir es durch. Die smirken, die smirken immer, was? Lol, Trottel. Fuck. So, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus. Batsch. Okay. Ey. Fräundchen, das ist meins. Okay, ich will vielleicht gehen. Lass es, ich nehme mir den anderen vor. Ach, Mann. Alter. Alter. Hört doch einfach auf, ey. Aber er hat immerhin das, was ich haben möchte. So, ich will die Lanze. Ist mir egal, dass die schwächer ist. Ich will die Lanze. Und dafür fliegt einer von denen. Was hat denn die starke Exhaler? Zwölf. Ja, von mir aus. So, wieder einer weniger. Du kannst es versuchen, sich normal zu killen. Ja, könnte ich. Das stimmt. Schön. Okay, der kann nix. Aua. Wichser. Usch. Usch, 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 usch. Ha, ha, ha. Oh nein, sie ist zerbrochen. Äh, nimm die Waffe. Die sind ja ein Witz eigentlich. Oh Mann, ey. Aua. Hör auf, Wichser. So, du kriegst es auf die Fresse. Wir machen das so lange weiter, bis du tot bist. So, zack. Okay, dann nehme ich jetzt deine, wenn das für dich in Ordnung ist. Ach, schön. So. Stimmt, ich habe die ganzen Drops erstmal liegen lassen. Äh, weil ich die gekillt habe. Und jetzt werde ich das hier alles aufsammeln. Das war so mein Ziel. Der ist scheiße. Na, wild nehme ich mit. Nein, sie war jetzt das alles aufzusammeln. Ich hoffe, das Zeug lebt. Oder nicht, noch halbwegs da. Ja, die Pfeile gibt es noch, damit es die anderen Dinge auch noch geben. Okay, ne, das hat doch super funktioniert. Habe ich sogar auch mal was erreicht. Schön. Ach so. Ach so. Die sehen doch noch leckerem Essen aus. Eine Schwertkrabbe mit mehr Angriffskraft. Na, die nehme ich mit. Ach fuck, ich hätte sie fotografieren müssen. Nein. Ah. Mist. So, was kriegt man denn für diese kleine Quest? Die Lanze ist sogar besser. Ein Rodonit. Welche Lanze? Ne, die ist schlechter. Die starke Exhal-Lanze. Ist hier noch eine andere? Ne, ne. Eine normale. Hey ihr, muss ich euch jetzt irgendwie mitnehmen? Oder bleibt hier einfach stehen? Sieht mir nicht so aus, als ob die sich bewegen wollten. Ach, das war der Bogen. Okay. Hm. Was kriegt man denn? Eine Zitterfrucht. Oh nein. Halt. Ich möchte gerne alles. Es gibt noch weitere. B, du kannst die Krabbe halten. Fallen lassen und dann fotografieren. Ach, stimmt ja. Stimmt. Man kann das Zeug ja einfach hinlegen wieder. Ein Opa. Oh, nice. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt zu diesem Stein? Was ist das für eine eigenartige Pflanze? Oh, Halt ab. Hm. Ne, da komme ich doch niemals hin. Ich glaube, ich muss da von diesem Berg hier irgendwie dann so fliegen. Vermute ich fast. Ich versuche das zwar jetzt mal, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Eine weiße Blume, beziehungsweise eine gelbe. Hat mich da gerade eine attackiert? Ja. So. Von wo denn? Du Kackviech. Leck mich am Arsch. Alter, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Dich bring ich um. Du stirbst jetzt! Weg. So. Ob ich Zeit für sich hätte, ey. Boah. So. Äh, aber okay. Hast du mich entdeckt? Ja, hab ich. Tschüssi! Ja, tschüssi. Oh. Was haben wir denn da unten? Oh. Was haben wir denn da unten? Oh. Ah, da brauche ich wahrscheinlich irgendwelche Items, die ich jetzt noch nicht habe. Hm. Äh, doch. Okay, das brauche ich gar nicht versuchen. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Die besteht aus... Stimmt. Die ist aus Metall. Die kann man ja... Oh, das ist ja viel zu einfach, ey. Das kann ja sogar ich. Also, wenn ich's rauskriege, was mir mal wieder nicht aufgefallen wäre. Aber, äh, das... Das kann... Das könnte ja sogar ich. Ich hab das Gefühl, dass ich das nicht dort stehen haben möchte. Oh, Geld. Oh, super. Äh, nichts. Äh, nein, nein, nein. Löschen. So. Puh, das war ja viel zu einfach. Das kann ja... Das hätte ja sogar ich gecheckt. Huck!